Entschuldigung? Ich weiß nicht, was du brauchst. Ich weiß nicht, was du brauchst. Ich bin ja heute da vorne links. Solltest du dir das vielleicht überlegen? Du meinst wegen der Räucherwaren? Nicht nur wegen der Räucherware. Das ist aus dem kleinen... Was die überhaupt gebratet haben? Komische Lächer, das ist in der Jacke. Was die für gebratet haben? Gerade meiner hier, ne? Ja, das brennt gut. Welche Sorte wird verkauft? Ja, da setzen sie nachher bei YouTube ein.